Mein Name ist Silas Heck. Ich bin 18 Jahre alt. Meine bisherigen Vereine waren die SG Aulendorf. Ich spiele auf der Twitter-Position. Ich nehme gerne Schalke 04 bei FIFA. Meine persönlichen Ziele sind mich weiterzuentwickeln und meine Ziele mit der Mannschaft ist der Nichtabstieg und auch die Weiterentwicklung mit der Mannschaft.